Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig-Gemeinsam-Durchgeträumt. The Dream is pushing me! Nanananana! Nanananana! So heißt dieses Spiel. Nein, bei Dream 4 Chapters. Wir erkunden hier weiter die Trolle Welt. Werbebot, was tust du dort? Wenn ich nur A habe, aber es wird nur A. Ich denke, du wirst sehr interessiert. Sie gefällt mir! Weg da! Das ist ein Weg, wir müssen klingeln. Hallo! Ey! Hey! Ich, wer? Ich kenne viele von Mies. Zoe! Zoe! Warst du Glück, dass ich mich auf meine periferischen Gefahren drehte? Oh, ich habe gehört, dass du die Strecke schraubst. Komm her! Das ist die Strecke! Das ist alles, Baba! Nein! Das zuили χro-Kling. Dies ist ein praktischerer Zufall. Du musst nicht mehr selber Tüklink machen. Ich will jetzt nicht zu Kian. Gut! Das ist ein schönes Part. Das ist ein schönes Part. Also, in some cases, the Scrap Heap. I know Mira wants to diversify, but for the moment, the refurbished bot market is where she makes her platter. Mira buys a lot of these discarded bots. It's her core business, reselling refurbished bots to businesses all over Europolus. Okay. Mira calls that the main switch. I don't know what it switches, but it's important enough to have a box of its own. I'm sort of curious to learn what happens when I pull the main switch. At the same time, I'm also very keen on keeping my hands and arms. I have an overwhelming desire to pull the main switch and quite possibly witness reality implode. One of these days, Zoe. I'm sort of curious to learn what happens when I pull the main switch. But at the same time, I'm also very keen on keeping my hands and arms. Is this a bad time? It's the fucking worst time, Guthrie. But I'm not paying you for the privilege of avoiding my shitty, shitting, shitty shit. You're going chin-deep with the rest of us. I'm ready for... Wait, you're paying me? Why don't you start paying me? Like I told you last week, blame the fucking banks for their incompetence and inability to process the transfers in time. Not the messenger. Should I be writing this down? Do you kiss your boyfriend with that mouth of yours? Every day. So what am I doing? I can continue to run the orders that... God, Banjoad! Who cares about new orders when we can't even deliver on our current orders? At this rate, we'll be out of business by Friday. And our creditors will tear this place to the ground and have us all gulleted in the plaza. I'll be doing what I was actually hired to do. Yay. I didn't hire you to give me attitude, Banjoad. I get enough of that from Wit already. That retard knows how to push my buttons. Yeah, you just keep turning the other cheek, Kamalzad. You mother-chord? I bet you've been faking your autism since we first met you before. Oh, you're such a fucking puppy dog, Wit. Such a fucking gandur. And no wonder your armor left you in the dumpster after she squirted you out of her filthy chute. So we have to get this referent to the concert for sale. And the Joddu is a bigger retard than Wit over there. Now small feet. I did a low-level format and memory wipe. But this thing is not yet ready for prime time. That pedal is where you come in. Take Shitbot for a walk. Run through some test scenarios. See what it's good for. What about the neural programming? I'll be doing the programming pedal. You just worry about testing this tin can. Today, you're the tester. Okay. Witt. He's the diametrically opposite of Mira. Quiet, calm, focused. He never says a word, but that's part of his charm. I've already thought of that he can't speak. I know, that Mira took care of Witt when they were both children on the streets of Mumbai. She loves him. And I think he'd do pretty much anything for her. The infamous Pandemonium Lounge area. Things get insane here on Fridays when we have team beers and Mira spins up the ancient jukebox. And by insane, I mean, Witt and I sit quietly and watch Mira get shocked. Magische Musikmaschine. Magische Musikmaschine. Magische Musikmaschine. Das wollen wir lieber nicht. Tut weh. Schau mal die Couch an, oder die Musikbox. Musikbox, Musikbox. Nira schreit mich an, wenn ich es kenne. Ich will nicht schreit, also ich will es nicht kenne. Wenn ich unten sitze, werde ich wieder aufstehen. Und nicht, weil es es so ist, sondern weil es wirklich, wirklich steckig ist. Ich mag sie nicht, aber ich liebe sie, glaube ich. Könnte auch Halt sein. Es ist ein Mix. Es ist kompliziert. Wer weiß, was das Ding ist. Scheiß Schraubenzieher. Mira ist wie eine wirklich blöde und neurotische Version von meinem Freund Liv aus Casablanca. Ich liebe Liv. Sie war die Beste. Mira kauft BOTs, sie verabschiedet und sie verabschiedet und sie verkauft. Sie arbeitet auch mit Neural Networks und illegalen Hardware. Und ich will nicht mehr wissen, was anderes. Okay. Schau. Ich bin entschuldigt, dass ich heute in einer schweißen Mood bin. Ich mag nicht das Gefühl, dass ich unser gesamtes Mood weggebracht habe. Aber meine schlechte Mood hat nicht erklärt, warum du nicht mit einem Schweiß-Bot zu machen. Okay. Oh mein Gott! Ah! Wir werden nur zusammenarbeiten. Äh. 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 Willst du bitte die Hand aus unserem Schiff? Ja. Bist du hygienisch? Ja. Du siehst ein bisschen unhygienisch. Echt? Könnten sie bitte aus unserem Körper generell rausgehen? Ach, Scheiß-Bot. Was für ein Scheiß-Bot. Meine Aufgabe für den Tag. Geh, ähm... Shit-Bot. Für einen Weg. Ich muss ihm wirklich einen weniger offensiven Namen geben. Er ist doch ein bisschen schweißig, nicht? Es ist nicht nur Mira, die wieder zu sein. Er ist wirklich ein Scheiß-Bot. Einer der vielen Junkie-Bots, die Mira buyt, um zu re-programmieren und zu re-förbieren. Sie ist für das bekanntlich. Hm. Einfamisch, vielleicht. Wettung macht meine Eidol-Cycle stark. Sie fühlen wie Änte. Ich habe Änte in meinen Fault-Metal-Pants. Okay. Meine Stärken werden überlaufen, wenn ich hier viel länger bewegen. Ich glaube, wir müssen uns bewegen. Folgt ihr uns jetzt? Ja. Komm jetzt, Shit-Bot. Lass uns spazieren gehen. Ein toller Name für einen Bot. Shit-Bot. Okay. 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 Was? Nein. Du hast... Wir haben einen Job zu tun. Ich mag nicht diesen einen sehr. Aber okay. Wo würdest du mich beginnen? Oh Gott. Äh... Ich weiß nicht, ob Interaktion mit Menschen so eine gute Idee wäre. Irgendwie wäre doch erst ein paar Bot-zu-Bot-Verständigung. Ja, warum nicht? Vielleicht können wir deine Möglichkeit testen, mit anderen Bots zu interagieren. Kannst du eine Message zu anderen Bots in der Umgebung senden? Mal sehen, ob jemand von ihnen Unterstützung braucht. Ich bin nicht wirklich sehr gut mit Messungen. Gib es einen Schuss. Ich verstehe nicht die Reaktion gut. Kannst du das machen? Vielleicht da wovon... Oh ja. Äh... Ein Paranoider-Bot? Ein Paranoider-Sicherheits-Bot? Oh Gott. Krämpf dich durch, Scheiß-Bot. Ja, ich bin doch da. Was? Wer? Wo? Ne, wir haben keine Minute. Wir müssen Scheiß-Bot bewachen. Gut. Wahrscheinlich würden wir uns Scheiß-Bot abkaufen oder so'n Scheiß. Jetzt sind wir da oben, wo wir so'n Assassinen sitzen. Pfff! Ich sagte doch, da sind Assassinen! Nein. Nein! Ich bin doch schon von dem Dach schmeißen Sie sich wundert, dass er zum Teil neu offen ist. Oh! Da sind wir schon. Guck mal, da ist ein Bot der Anscheinhilfe benötigt. Ja, ja, äh, was, wie, äh, dieser Bot kann nicht gut putzen. So, so scheiß Bot. Vielleicht kann Wick seine Magik machen und hier eine bessere Persönlichkeit für Rustbucket. Any Persönlichkeit würde sich die Eier suchen. Maintennensbots, die die Menschen nicht mehr qualifiziert sind, sind zu tun. Oh, so fliegt Tom da. Ah, 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 ah. In lieu of a better name, Shipbot it is. Ja, Shipbot, dann. Shipbot, aber Shipbot. Also jetzt soll ich die hier mal suchen, was? Sprechen wir doch an. Gut. Halt mich noch in eine andere Bot und engagiere die Aufführungsstätten. Das ist zu hoch. Ich bin nicht mit Halt. Da ist doch einer. Hilf hier putzen. Weiter links war noch einer. Irgendwas hat er gerade drüben Aufleuchte am Boden. Am Boden, am Boden. Irgendwas da gerade. Entschuldigen Sie, Sie stehen irgendwie gerade im Weg. Dazu den Daumen. Was macht er jetzt? Bitte tut jetzt nicht die Tauben. Die Tauben! Jagt er gerade die Taube? Hast du toll gemacht. Ja, okay. Also nochmal. Das ist der Bot in der Nähe. Spazi-Mausi. Da jetzt. I don't want to help him. I have a bad feeling without him. Scheiß Bot ey, meine Fresse. Ja versuchen wir, dahin ist noch einer. Oben, dass ich nicht in die Hand da war. Ich muss den Daumen zu können. Ich muss dir ihn da ran schicken. Also, und erst auf den Boden irgendwie klicken. Aber das geht halt nicht. Ja, okay, dann schauen wir uns mal. Irgendwann muss er aufleuchten. Was werde ich jetzt noch weiter sagen? Er sagt mir das, ja. Oder warte, da kommst du mit, wenn ich laufe. Ach, er kommt mit, okay. So, wie wärst du mit dem da? Wir hatten Differenzen. So, da hinten ist ein Werbetafel-Bot. Willst du auch wieder sowas sein, wie es zu hoch ist? Ach, nee, guck mal da. Der ist unten. So, oh, ja. So, du da, komm mal her. Was ist mit dem? Der geht nicht, also den da. Ach, komm. Ja, ran. So, den da hilfst du jetzt. Ach, geht doch. So, dann hilf mir mal. Was machst du jetzt? Ach so. Okay. Oh, nein, die brechen da gerade ein. Ach so, ich glaube. Spendier. 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 I think. I think this is happiness. I think I feel happy. What is this thing I'm doing? Welding. Welding. I like welding. Great, but you're supposed to be... Welding. 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 Der beste Scheißwort aller Zeiten. Oh Gott. This wasn't part of the plan. I don't think Mira's planning to use you for that. I like welding. Fine. Let's go. But what about the welding? Let it go, and let's go. Affirmative. I will stop doing this thing that I like. I'll follow you to the next stop on our pointless depression. What do you want me to do next? Oh man. Okay. Also, I hope the people will hold us for the end. Yeah. What is this here? Security program. Reparaturprogramm. We're trying to check out your repair program. We'll look for something you can repair. Affirmative. Scanning city net for repair requests. Scanning. 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 Er hat sogar was. Das ist ja Comedy Gold. Das ist nicht mein Name. Er ist auch ein Scheiß-Spot. Das ist ja Comedy Gold. Das ist schön. Scanning. Scanning. Ich denke wir sind Scanning. So Scheiß-Spot. Wo wurde Reparatur benötigt? Hi. Was mit Sister? Oh Gott. Ich liebe Scheißen. In Ordnung. Ich höre mit dieser mich komplett glücklich machenden, auswählenden Aufgabe auf, um auf diese deprimierende, langweilige Reise zu gehen. Schön. Diese komischen Türme. Ja, wie weit müssen wir denn gehen? Scheiß-Spot. Wo ist denn die Reparatur? Woher ist denn die Reparatur? Schneller, Scheiß-Spot. Oh Gott. Wo führst du uns jetzt hin? Stata dampft's. Durchgebrannte Sicherung. Na dann. Los Scheiß-Spot. City net reporten, broken wire ink in this location. I will need specific instructions to proceed. Mach's ganz? You know, fix it. I need specific instructions to proceed. Honestly, you're useless. Schauen wir uns das mal an. Looks like the fuse is blown. Looks like the fuse is blown. Okay. I don't have a death wish. Particularly when it involves high voltage and molten sparks. This is what we invented bots. Okay, also nochmal. Ende Sicherung ist durchgebrannt. Kümmer dich darum. Both personality and skills. This bot is... Jaja, okay. I don't know where I'm going with our sentence. It's a rust bucket. Might be a good idea to find out more about what we're dealing with here. Before I let rust bucket loose on the wire. Wir wissen doch... I need specific instructions to proceed. Honestly, you're useless. Also, Sicherung durchgebrannt. Ach, guck mal da rum. Ja. This is all Greek to me. Greek is wiring. Hm. Umweltkontrollsystem. Was sind wir hier? Ach so. Jetzt müssen wir gucken, welche Sicherung rein muss. Okay, also... 12a... 5a... 20a. Sowas auf dem Schaltplan. Äh... Da ist die Power-Center. 12a... 20a... 20a... 5a... 12a... 5a... Ok, jetzt müssen wir kurz gucken, wie es da aussieht. So, da ist der Power-Generator. Dann geht's zuerst zu der Sicherung. Ah, warte mal. Ne. Ne, vielleicht dachte, dass ich... So, dann geht's von dort nach oben und nach rechts. Also ist die erste direkt von dem Schaltkasten durchgebrannt, von dem Generator. Ja. Und dann rechts daneben, die ist durchgebrannt. Ist noch eine durchgebrannt oder sind nur die zwei? Ja, die zwei. Okay, dann gehen wir nochmal zum Clan. So, ist also die 12a ist durch und die 20a ist durch. Ne? Ja, es spiegelt irgendwie das nicht so genau wieder. Der Plan. Ja, aber... So ungefähr müsste es sein. Ha, ha, ha. Okay. 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 Ich habe es kaputt gemacht. Was nun? Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Du hast es kaputt gemacht. Wie hast du es kaputt gemacht? Oh nein. Vielleicht bin ich nicht sehr gut an Verbrauchern. Ja. Ich denke, das ist die richtige Antwort. Ich bin wirklich nicht sehr gut an Verbrauchern. Ich habe es kaputt gemacht. Ach Mist. Ich hätte mir vielleicht das vorher erst auf die Slaube gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Wahrscheinlich. Es ist ein Sicherheitsprogramm. Oh Gott. Oh nein. Ich habe es kaputt gemacht. Oh Jesus, nein, nicht! Äh... ... ... ... ... ... ... Um, come on. Danke für die Verkaufung. Ein weiterer Versuchungen zu brechen die Sicherheit wird mit der Immobilität verletzt werden. Schöne einen schönen Tag. Don't ever do that again. Affirmative. Sie war nett. Do you think you left me? Nein. Nein. Oh Gott. Ciao.